So viel Drehmoment. Aber er schreit ja, er schreit ja so behindert, er schreit so, Vollgas schon. Da ist 70 Haverer. So viel Drehmoment. So viel Drehmoment. So viel Drehmoment. Was ist das, Vollgas? Jetzt so einen Kickdown habe ich noch nicht gemacht. Danke. Das war jetzt fast Vollgas. Geht's mal da? Ja das fang gut. Aber man muss echt auffassen, man bringt sich so schnell um in dem Ding. Da ist nass, gell? Die Fahrer ist nicht nass, da es geregnet. Ah, das ist nass. Vor allem so viel Drehmoment. Schiebt halt so an, es war voll. Bitte? Es war voll. Was? Wie gesagt, wie? Wie gesagt, wie? Wie gesagt? Ja, bisschen. Aber das geht noch halt eigentlich voll krankes Fahrwerk. Wir sind auch keine Rennfahrer. Ja, es ist halt fucking nass hier. Das ist eigentlich gefährlich. Wie gut sind die Bremsen bei dem? Nein. Die sind schon, bremst schon echt gut. Ich hab Keramik. Ja. Ja, das ist scheiße gefährlich. Ich merk's. Scheiße, 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 scheiße. Genau, oder? Ja, ja. Was ich unbedingt mal fahren will, ist so ein 1300 PS GT-R. Das gibt's ja auch Fahrbar so ein Ding. Ja, sicher. Du fährst halt Autobahn. Nein. Na ja, absolut keinen Sinn. Wir können mal schauen, wenn das Wetter schön ist. Wir fahren mal. Ja. So ist es wirklich einfach nur gefährlich. Das ist ein Hagel. Der Hagel ist nicht nass. Ah, nein. Wir fahren mal. Wird ich grad gerne, aber das kannst nicht mit dem Arad. Der macht das für sein Leben, oder? Jeden Tag. Echt traumhaft, das ist der Dream. Du merkst ja die Geschwindigkeit nicht in dem Auto. Ja, das ist mein Ziel, aber auch nicht. Daher kommt gar nichts. Wenn du da nicht auf das Auto kommt, dann liegt die auf. Vielen Dank.